Eine Sache, was ich gerade gemerkt habe, ich habe wieder nicht mit Superview gefilmt, deswegen wird man alles sehr eng sehen. Tut mir leid, Leute, Fälle passieren und auch noch mehr bei Fluffy. Viel Spaß beim Zuschauen. Was geht, was geht, Leute? Der Fluffy hier und heute sind wir wieder unterwegs. Ich gehe jetzt meinen besten Freund abholen und dann fahren wir alle zusammen zu so einem Treff hier bei uns. Heute ist der 1. Mai. Ich dachte mir, ich nutze mal die Gelegenheit aus, um euch zu zeigen, was hier bei uns so abgeht. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch auch sowas habt. Ich glaube, die Jungs sind auch schon vor Ort mit dem Quad. Schauen wir mal, ich bin mal gespannt, was da abgeht. Da noch ein Quad. Servus, Bruder. Voll ignoriert. Wir sind jetzt fast da. Ach du Scheiße, was da abgeht. Leg mich am Arzt. Boah, da ist voll wie sonst was. Die Autos werden jetzt nach links und nach rechts umgeleitet und wir dürfen geradeaus fahren. Ach du Scheiße, ich dachte, mein Quad zittert. Aber gebt euch mal bitte, wie die Harley da vibriert. Hey Junge. Soll ich über Rot fahren? Was? Boah, ist so viel los, aber das ist schon... Ich war einfach vor, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock zu warten. Die können eh nicht nirgendwo fahren. Hier stehen eh alle auf der Straße. Und der bekommt Ärger jetzt. Ich glaube, hier werden auch keine Leute Wheelies ziehen oder Ähnliches, weil es viel zu viel los ist. Normalerweise machen die da auf die andere Spur immer Wheelies und Stoppies und sonstiges. Aber dieses Jahr, glaube ich, ist viel, viel, viel zu voll. Ach du Scheiße, die Jungs sind auf der anderen Seite, bei Aral, glaube ich. Danke. Musik Der will nicht knallen, ey. Was soll der Scheiß? Der will nicht knallen. Kommt man hier überhaupt rein? Ich glaube, die Tankstellen heute werden richtig viel Cash machen. Ich muss hier immer aufpassen mit meinen Reifen, weil der ist so breit. Ich habe Angst, dass ich hier Domino spiele. Ach, hier sind die Jungs, aber wie komme ich da durch? Gar nicht mehr. Ach, schau, man kann da so rein, aber egal, ich bleib hier stehen. Komm, gib ihm, gib ihm. Ich glaube, hier ist was passiert, weil die Jungs gekommen sind. Und fürs Ende muss ich leider meine Stimme nachsprechen, da wie so auch immer mein Audio auf einmal nicht funktioniert hat, wie viele andere Sachen noch im Video. Aber ich wollte euch trotzdem alles nochmal kurz zeigen, obwohl es nicht so gut geworden ist, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich wollte euch trotzdem nochmal einen kurzen Einblick zu den Nürnberger 1. Mai machen. Nächstes Jahr versuche ich das auf jeden Fall besser hinzubekommen. So, in dem Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr genauso viel Spaß hattet beim Zuschauen, wie ich beim Fahren. Wir sehen uns nächstes Mal, Leute. Ciao, ciao. Ja. Noch ein Ei. Alors, Leute, wir sehen uns nyt. Wir sehen uns